Moin Jungs, da bin ich wieder und heute zeige ich euch einen Unlimited Money und RP Glitch. Also es ist zwar kein richtiger Glitch, weil es ja legal funktioniert, sondern es ist eine Methode würde ich sagen. Allerdings basiert es mehr auf RP, also dass man es schnell levelt und dazu bekommt man halt noch wirklich richtig, richtig viel Geld. Und wie das geht, das zeige ich euch in diesem Video. So, dann fangen wir jetzt mal an. Als erstes braucht ihr den Job, den ich erstellt habe, also ihr könnt auch selber einen erstellen oder irgendeinen anderen nehmen. Aber mit meinem Job ist das wirklich top optimiert. Dazu braucht ihr einen Freund, also das ist ein Deathmatch. Und den ladet ihr dazu ein und die Spieleinstellung lässt ihr wirklich komplett so am besten. Weil es liegen AP-Pistolen rum, das heißt ihr müsst kein Geld für Munition ausgeben, dadurch spart ihr auch wieder ein paar Münzen. Und jetzt fangen wir gleich an, das ist jetzt ganz wichtig, ihr müsst euch entscheiden, wer gewinnt. In dem Fall bin es erstmal ich und ich wette 10.000 Dollar auf mich selber. Und euer Kumpel oder Mitspieler, der wettet nur 100 Dollar auf sich, das ist ganz wichtig. Sonst funktioniert das jetzt nicht so effektiv. Ihr müsst euch halt vor der Runde einigen, wer das Match gewinnt. Ihr könnt euch halt jede Runde abwechseln, dass mal gewinnt ihr, mal euer Kumpel. Und ihr seht 100 Dollar auf ihn, 10.000 Dollar auf mich, das ist wichtig und ich gewinne am Schluss. Das ist halt auch wichtig, damit ihr die Wettgewinne auch noch bekommt. Und wenn ihr euch da abwechselt, dann bekommt halt jeder mal den Wettgewinnen. So, dann fangt ihr erstmal an. Euer Kumpel tötet euch genau 9 Mal. Also die Einstellung bitte nicht verändern, also ich habe er 5 Minuten eingestellt und 10 Kills. Und deswegen tötet euer Kumpel euch genau 9 Mal. Ich spule mal ein bisschen vor. So, jetzt seid ihr 9 Mal gestorben und jetzt darf euer Kumpel euch nicht mehr erschießen. Jetzt müsst ihr euren Kumpel komplett 10 Mal durchtöten, damit ihr das Match auch gewinnt. Und ihr seht schon, wie viel AP ihr für den ersten Kill bekommt. 450 AP und ihr bekommt noch 250 Dollar zusätzlich, weil ihr den stärksten Spieler getötet habt. Also ich habe jetzt ein bisschen länger gebraucht, weil ich musste nebenher immer 2 Controller bedienen. Ähm, weil es halt so ist. Aber wenn ihr das dann zu zweit spielt und beide am Controller sind, dann geht es wesentlich schneller. Also dann schafft ihr es locker unter 2 Minuten. Also so 1,5 Minuten haben wir es mal hinbekommen. Pro Runde. Versteht sich. Ja, ich brauche jetzt hier ein bisschen länger. Aber ihr müsst mal auf die APs achten. Ich schreibe das auch jetzt die ganze Zeit mit, damit ihr mal seht, wie viel APs es wirklich am Spielende gibt. Gegen Ende gibt es dann nicht mehr so viel AP pro Kill. Das sind meistens nur die ersten, ja, 7 Kills, wo richtig viel AP gibt. Und lasst euch bitte unten einer Zeit nicht irritieren. Ich, wie gesagt, ich musste 2 Controller gleichzeitig bedienen. Aber ich habe es mit einem Kumpel gemacht. Auch mal, vor längerer Zeit. Und da ging es wesentlich schneller, wenn wir eingespielt waren. Wir haben 1,5 Minuten ungefähr gebraucht. Aber lasst es 2 Minuten sein, dann ist immer noch eine gute Zeit. Und wie ihr seht, jetzt bekommt ihr am Ende vom Job auch noch Geld. 800 AP, fast 4.000 Dollar. Und dann kann man das mal hochrechnen. Also man braucht 1,5 Minuten. Und wenn ihr euch abwechselt, rechnen wir mal mit 3 Minuten. Mal gewinnt der eine, mal der andere. Mit Ladezeit seid ihr ungefähr bei 4, lasst es 5 Minuten sein. Und jetzt stelle ich euch mal die Rechnung auf, wie viel Geld ihr dann innerhalb 5 Minuten bekommt. Also hochgerechnet auf 1 Stunde. So, jetzt gehen wir mal davon aus, dass ihr euch gegenseitig mal abwechselt. Die eine Runde gewinnst du und in der nächsten Runde gewinnt dein Kumpel. In der ersten Runde setzt du 10.000 Dollar auf dich und dein Kumpel 100 Dollar auf sich, tötet dich 9 Mal und anschließend tötest du ihn 10 Mal. Dann rechnen wir mal zusammen, was es gibt. Und in der nächsten Runde tust du 100 Dollar auf dich setzen, dein Kumpel 10.000 auf sich und du tötest ihn 9 Mal und danach tötet er dich 10 Mal. Und jetzt rechnen wir das mal alles zusammen, was da so zusammenkommt. Nachdem ihr jetzt 9 Mal getötet wurdet, fängt es ja jetzt bei euch an. Das heißt, ihr bekommt für die 10 Kills 3.550 RP. Durch den Job allgemein, also weil ihr gewonnen habt, 800 RP und zusätzlich nochmal 250 oder 500 RP. Je nachdem, wenn ihr eine Herausforderung habt, wie gewinnt ein Deathmatch nur mit Pistole oder ohne Energie aufzuladen oder erziele 5 Kopfschüsse. Da gibt es ja mehrere Herausforderungen, wenn ihr das halt zufällig auch habt und es halt passt, dann bekommt ihr nochmal 250 oder 500 RP. Das heißt, nach zweieinhalb Minuten habt ihr zwischen 4.300 und 4.800 RP bekommen. Finanziell sieht es dann so aus. Nach dem ersten Kill bekommt ihr 250 Dollar wegen stärkster Spielertöten. Bekommt allein durch den Job nochmal 3.950 Dollar und durch den Wettgewinn nochmal 4.000 Dollar. Das macht nach den zweieinhalb Minuten 8.200 Dollar als Gewinner. So und jetzt rechnen wir das mal als Verlierer durch, was ihr da auch noch bekommt. Weil ihr bekommt ja auch, wenn euer Kumpel gerade gewinnt, bekommt ihr trotzdem als Verlierer immerhin noch RP und Geld. Und als Verlierer bekommt ihr durch die ersten 9 Kills und durch das Beenden von dem Job immerhin noch 2.000 RP. Und finanziell gesehen 2.740 für den beendeten Job minus die 100 Dollar Wette, die ihr natürlich verloren habt. Das macht dann immerhin noch 2.640 Dollar. Und wenn ihr das jetzt ungefähr 5 Minuten gespielt habt, also mit 2 Runden, einmal als Gewinner und einmal als Verlierer, dann hat jeder von euch zwischen 6.350 und 6.850 RP gemacht und 10.840 Dollar. Also es gibt keine Methode, wo ihr in 5 Minuten so viel RP bekommt und das ist auch noch legal. Also klar, es gibt Glitches oder sowas, aber die meisten RP-Glitches, da kriegt man weniger. Das ist einfach so. Ich habe es selber ausprobiert. Die ganzen guten RP-Glitches wurden alle gepatcht und das ist eigentlich die einzigste Möglichkeit, die mir bekannt ist, wo man richtig viel RP in kurzer Zeit machen kann. Und das ist halt dauerhaft. Also manchmal gibt es ja Events, wo man auch viel macht, aber dann muss man halt wieder ewig lang warten, bis man wieder so viel RP bekommt. Das kann man halt wirklich die ganze Zeit durchgehend machen. Und das Geile ist halt, das bekommen halt beide Spieler. Und wenn ihr das jetzt eine Stunde lang am Stück spielt, also nur eine Stunde, dann hat jeder von euch 76.000 RP bzw. bis zu 82.000 RP bekommen und 130.000 Dollar zusätzlich noch. Also wie ihr seht, finanziell gesehen ist es relativ gut, in einer Stunde so viel Geld zu machen. Es gibt zwar bessere Möglichkeiten noch, aber es ist jetzt nicht schlecht. Aber RP ist es meiner Meinung nach wirklich, in einer Stunde bekommt ihr nirgends, in keinem Job, in keiner Möglichkeit, wirklich zwischen 76.000 und 82.000 RP. Wenn es eine Möglichkeit gibt, wo ich jetzt nicht glaube, dass es so eine gibt, aber wenn, dann lasst es mich wissen und ich lösche das Video sofort von YouTube wieder und mache darüber ein neues Video, wie ihr mehr RP bekommt. Also es ist für mich, ähm, oder ja, die beste Möglichkeit oder mir bekannte Möglichkeit, um so viel RP zu machen. Ihr könnt es ausprobieren, ihr werdet es sehen nach einer Stunde, ihr könnt ja mal die Zeit messen. Ich denke mal, ihr werdet viel mehr schaffen, weil 5 Minuten ist relativ lang für 2 Runden. Also ich denke, in kürzester Zeit schafft man das. Also in einer Dreiviertelstunde oder 50 Minuten kriegt man das genauso hin. Und gibt halt auch noch einen Haufen Geld, ne, zusätzlich. Also, das war's von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bringt euch ein bisschen weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Also die Jungs, ciao, macht's gut, haut's rein, viel Spaß.